Was wissen wir eigentlich zu The Elder Scrolls 6 2023? In diesem Video werde ich auf alle wichtigen Fakten, Informationen, aber auch Gerüchte und Vermutungen eingehen und beurteilen, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sie sind. Ich habe hier wirklich für euch alle Informationen herausgesucht, die ich finden konnte und eine große Hilfe bei dieser Recherche war der Opera GX Browser. Das ist ein Gaming Browser extra für uns Gamer. Wer hätte das gedacht, dass ein Gaming Browser für uns Gamer ist? Das große Problem mit den meisten Browsern ist, dass sie einfach total langweilig sind. Mit GX Mods könnt ihr den Opera GX Browser ganz bequem verschönern. Im Store könnt ihr aus verschiedenen Mods auswählen. Ihr könnt die Mods dabei auch jederzeit bequem aktivieren und deaktivieren. Hierbei wird das grundlegende Theme, die Farben, aber auch die Wallpaper geändert. Es wird eine entspannte Hintergrundmusik hinzugefügt, aber halt auch neue Browser-Sounds. Selbst Tippgeräusche wurden hinzugefügt. Alle Funktionen können wir hierbei bequem anpassen. Sei es nun die Hintergrundmusik, die Browsertöne, die Tastatur-Töne oder generell das Rap-Modding. Unten links könnt ihr dabei jederzeit bequem die Hintergrundmusik ausschalten, falls ihr euch stört, oder halt aber auch die Shader anpassen, die dafür sorgen, dass sich euer Hintergrund bewegt und lebendig wirkt. Eine besonders coole Funktion, die ich persönlich sehr gerne nutze, ist das GX-Control-Panel, was es mir komplett erlaubt, die Ressourcen des Opera GX-Browsers anzupassen. Dadurch erziele ich eine bessere Leistung als beispielsweise der Chrome-Browser. Besonders cool ist der GX-Corner, den ihr oben links findet. Er zeigt euch einen Veröffentlichungskalender von kommenden Spielen an und informiert euch über die aktuellsten Neuigkeiten im Gaming-Bereich. Checkt unbedingt jetzt den Opera GX-Browser aus und ladet ihn euch herunter. Unten in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar findet ihr dazu den Link. Zurück zu WL Das Scrolls 6 und was wir dazu jetzt 2023 alles wissen. Und hier gibt es aktuell eine ganz große Debatte rund um die Xbox und rund um Microsoft, wo ihr zu Xbox gehört und ob WL Das Scrolls 6 jetzt exklusiv für die Xbox erscheinen wird oder aber auch für die Playstation. Und ich weiß, es gibt darüber echt sehr viel Streit. Es gibt Leute, die sagen, ja, Playstation hat doch auch Exklusivtitel gemacht, ist doch absolut richtig, was Microsoft macht und so weiter und so fort. Ich finde diesen Kindergarten persönlich absolut lächerlich. 2023 sollte es endlich mal bei allen Leuten angekommen sein, dass es absolut nicht notwendig ist, für irgendwelche Milliarden Konzerne, wie sie Microsoft und Sony nun einmal sind, in die Bresche zu springen und treu deren Soldaten zu spielen. Ne, 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 die Playstation ist besser. Ah, ich hab ne Xbox. Als ob einige hier einfach noch irgendwie 10 Jahre alt werden. Ich sag das deswegen hier nochmal ganz besonders und auch so etwas extremer, weil in den vergangenen Videos zu Starfit, die ich gemacht habe, immer irgendwelche Leute dazu abgerantet haben. Lasst's einfach stecken, es ist übelst dämlich. Ihr macht euch nur lächerlich. Jo, ihr merkt schon, heute ist wieder Amimos bisschen im Rage-Modus, aber ich möchte euch natürlich auch jetzt wirklich die wichtigsten Informationen zu Wierda Scrolls 6 dazu liefern. Denn das letzte Wort, ob Wierda Scrolls 6 jetzt wirklich exklusiv für die Xbox und für den Windows-PC erscheint, das ist tatsächlich noch nicht gefallen. Denn wenn es nach dem Game Director von Bethesda, Todd Howard, geht, dann würde er sich schon wünschen, dass das Spiel für viele Plattformen herauskommt. Logisch, denn Skyrim ist wirklich für jede Plattform herausgekommen. Und damit meine ich auch wirklich jede. Schaut mal, die Skyrim Anniversary Edition sollte ursprünglich unter keinen Umständen für die Switch herauskommen. Das hat Bethesda so vermittelt. Und dann ist es doch ein Jahr später für die Switch herausgekommen. Aber ganz ehrlich, ich kann das Bethesda hier persönlich auch nicht verüben. Denn na klar wollen die Geld verdienen. Aber schauen wir uns doch mal ganz kurz die aktuelle Situation von Xbox und Playstation an. Denn die ist mehr als spannend. Und da gibt's ja gerade wirklich ein Krimi quasi. Wer jetzt die Deutungshoheit im Gaming-Markt dominiert, ähm, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich verspreche es euch, Leute, irgendwann kommt ein Armeemus-Video ohne Sprachfindungsstörung heraus. Wenn es nach Phil Spencer geht, dem Chef von Xbox, dann ist die Sache natürlich ganz klar. The Elder Scrolls 6 soll exklusiv für Xbox und Windows-PC erscheinen, wie das ja auch schon bei Starfield der Fall ist. Totauert, das habe ich ja gerade schon erwähnt, hat sich dort in der Vergangenheit etwas anders geäußert. Und so sehr ich das zwar blöd finde, dass man sich ja auf eine Konsole einschränkt, finde ich sogar, dass die Idee von Phil Spencer aufgehen kann. Denn, und das ist ein entscheidender Faktor, also jetzt genau zuhören. Starfield wird ab Tag 1, also sofort, wenn es released werden wird, im Game Pass drin sein. Das ist auch der Grund, warum ich davon ausgehe, dass Starfield ein Erfolg werden muss. Denn du kannst den Game Pass relativ günstig abstauben. Es gibt sogar extreme Rabatte da drauf. Ich habe aktuell wieder irgendwie ein Angebot von Microsoft bekommen für 99 Cent für drei Monate. Also je nachdem, was für ein Abo die Leute abschließen, könnten sie sogar im günstigsten Fall Starfield für 99 Cent spielen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Starfield ein Erfolg werden muss. Denn wenn nicht, kündigen die Leute alle nach dem ersten Monat wieder ihr Game Pass Abo und ja, Microsoft kriegt das Geld halt nicht rein. Auf der Kehrseite aber bedeutet das für uns Spieler, dass wir kaum ein Risiko haben. Ich schieße den Game Pass einfach bei einer Rabattaktion günstig, teste Starfield, wenn es mir gefällt, dann bleibe ich länger im Game Pass, weil ich das Spiel natürlich länger zocken will und wenn nicht, kündige ich den Kram wieder. Und ja, definitiv wird das ziemlich viele Leute anlocken. So gesehen ist Starfield, was das angeht, ein riesengroßer Testballon für The Elder Scrolls 6. Und bei Sony bzw. Playstation bekommt man da auch gerade Panik und geht ja auch sehr hart gegen Microsoft vor. Spezifisch bei The Elder Scrolls 6 will man verhindern, dass das Ganze exklusiv nur für Microsoft Windows PC und für die Xbox erscheint. Ich meinte ja gerade zu Beginn, dass ich es ein bisschen kinderhaft finde, wenn man halt so für große Milliardenkonzerne in die Bresche springt. Aber ganz ehrlich, bei der Schlagzeile möchte ich am liebsten schon gegen Playstation austeilen. Ach Digga, komm, scheiß drauf, nimm mir das doch den Hatern einfach von vornherein weg. Ich bin ein absoluter, befester Microsoft-Fanboy. Aber, und das ist das Entscheidende und durchaus auch die positive Nachricht für Playstation-Besitzer, das letzte Wort, ob das Ganze jetzt erscheint für die Playstation oder nicht, das ist final noch nicht gefallen. Und ironischerweise, und das finde ich wirklich komisch, wenn man mal gerade sieht, wie halt Playstation, aber auch Microsoft sich gegenseitig wieder bekriegen, wird das letzte Wort wahrscheinlich eine Behörde oder ein Gericht fällen zu der ganzen Thematik. Schön und gut, dass es da Streit gibt, das ist jetzt einigermaßen bekannt, aber wann soll denn jetzt The Elder Scrolls 6 erscheinen? Nun, laut der Aussage von Todd Howard, die er im Dezember im Interview mit Lex Friedman gefällt hat, dann am besten früher, als er es sich eigentlich gewünscht hätte. Das ist halt auch eines der absolut lustigsten Statements von Todd Howard, was ich in den letzten Jahren gehört habe und weswegen ich den Typen halt auch einfach wieder sympathisch finde, denn der gibt halt einfach hierzu, ja, also eigentlich wollen wir das Spiel auch draußen haben, aber irgendwie kriegen wir es nicht gebacken. Wer sich jetzt fragt, was da eigentlich bei Bethesda die ganze Zeit los war und warum die das Spiel nicht fertig bekommen, der hört jetzt hier an dieser Stelle mal ganz genau zu. Bethesda hat mit seiner Creation Engine, die in der Vergangenheit auch immer mal wieder in der Kritik stand, unglaubliche Probleme gehabt. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, da muss man halt auch nicht lügen oder sowas, diese Engine ist an vielen Stellen ziemlich veraltet, wenn man mal blickt auf die Konkurrenz. Das liegt aber auch daran, dass Bethesda ganz andere Systeme in den Vordergrund stellt, als beispielsweise andere Spieleentwickler. So besitzt die Creation Engine von Bethesda ein komplexes KI, aber auch Questsystem, was miteinander verflochten ist. Mal so ein Beispiel, die wunderschöne Unreal Engine, wo man ja immer mal wieder tolle Demos sieht, besitzt kein Questing und kein KI-System. Das müssten die Entwickler bzw. die Spieleentwickler erst für diese Engine programmieren. Was bringt eine schöne Grafik, wenn man halt irgendwie nicht coole Quests und nicht eine einigermaßen funktionierende KI besitzt? Und genau bei diesem Punkt hat Bethesda mit der Creation Engine einfach die Nase vorne. Ja, grafisch hinkt das Ganze halt hinterher, auch bei den Animationen, aber die Stärke der Creation Engine sind halt nur mal die Quests und das KI-System, was dann Zufallsbegegnungen erlaubt und eine komplexe Simulation der Spielwelt. Und genau hier hat sich Bethesda etwas vertan. Man hat deutlich länger für die Upgrades und die Updates der Engine benötigt. Und während die Programmierer von Bethesda an dieser Engine herumgewerkelt hatten, musste man auch noch irgendwie Fallout 76 herausbringen, weil irgendwelche Arschlochbosse an der Spitze von Bethesda entschieden haben, hä, wir müssen jetzt auch mal ein Live-Service-Game herausbringen. Wenn man bedenkt, dass das nächste Spiel von Bethesda, Starfield, was ich heute irgendwie gefühlt schon tausendmal in diesem Video erwähnt habe, obwohl es um The Elder Scrolls VI geht, uns ganze tausend Planeten zum Bereisen bieten will, dann erkennt man auch so ein bisschen, dass sich da echt was getan hat bei der Engine. Und dann kam natürlich noch die Pandemie. Ursprünglich sollte Starfield 2022 erscheinen und es gibt sogar einige Gerüchte und Hinweise, über die ich schon vor zwei Jahren berichtet habe, dass ursprünglich der Release 2021 geplant war. Das wäre dann genau zehn Jahre nach dem Release von Skyrim gewesen, hätte meiner Meinung nach ganz gut gepasst. 11. November 2021. Was für eine schöne Zahl. Leider ist daraus nichts geworden. Dementsprechend hat sich auf jeden Fall auch The Elder Scrolls VI etwas nach hinten verschoben. Aber ich würde das Ganze hier noch ein bisschen stärker formulieren, tatsächlich. Die Antwort von Todd Howard bei Lex Friedman war eigentlich schon ziemlich konkret. Es wirkt so, als ob die selber bei Bethesda nicht so ganz im Plan haben, wann jetzt The Elder Scrolls VI herauskommen soll. Definitiv ist da bei Bethesda nicht alles nach Plan gelaufen. Der Ankündigungstrailer zu The Elder Scrolls VI wurde mit Starfield gleichzeitig 2018 gezeigt. Bin ich eigentlich der Einzige, der es absolut beknackt findet, dass es da draußen Gaming Studios gibt, die irgendwelche Ankündigungstrailer zu spielen machen, aber dann in der Entwicklung gefühlt zehn Jahre brauchen, um das Spiel herauszubringen. Leute, macht das doch einfach, weiß ich nicht, wie City Skylines. Die haben jetzt angekündigt, dass der zweite Teil herauskommen soll und das sogar noch in diesem Jahr. So würde ich mir einen Ankündigungstrailer vorstellen. Aber fair enough, in der Vergangenheit habe ich ja sogar Bethesda für verteidigt, dass sie das so gemacht haben, denn der Trailer 2018, der gezeigt worden ist, sollte eigentlich den Fans nur zeigen, hey, wir haben The Elder Scrolls VI nicht vergessen, wir sind da dran und irgendwann kommt das dann halt. Okay, ich rede jetzt ab dieser Stelle etwas konzentrierter und fokussierter über The Elder Scrolls VI. Ich finde es immer ganz schön, aber euch noch so ein paar Anekdoten am Rand mitzunehmen. Ich freue mich schon auf Rüdiger und Werner, die sich darüber beschweren, dass dieses Video nur ganz viel heiße Luft ist. Es gibt verschiedene Einschätzungen, wann The Elder Scrolls VI wohlmöglich erscheinen könnte. Allerfrühstens, und das ist irgendwie komplett offensichtlich und wird jetzt keinen vom Hocker reißen, können wir The Elder Scrolls VI 2024 erwarten. Realistischer ist ein Zeitraum von 2026 bis 2028. Da werden jetzt einige Leute ganz heftig mit dem Kopf schütteln und sagen so, nein, das ist immer noch zu früh, realistischer ist eher 2029 und 2030. Ich persönlich glaube daran jedoch nicht. Lasst mich das ganz kurz erklären, warum ich glaube, dass das Quatsch ist. Die Annahme dahinter ist halt ganz einfach zu verstehen. Die brauchen halt mindestens fünf Jahre, um das Spiel einigermaßen halt zu entwickeln. Hier ist das Ding. Die We Elder Scrolls Marke ist bereits etabliert. Die ganzen Hintergründe, die Lore, wo ich ja selber auf meinem Kanal zu sehr viele Videos mache, die ist bereits sehr gut ausgearbeitet. Zu jedem Landstrich auf dem Kontinent Tamriel, wo ja die We Elder Scrolls Spiele stattfinden, gibt es bereits Konzeptart und mit We Elder Scrolls Online haben wir sogar bereits 3D-Modelle. Sehr einfach runtergebrochen und ganz so leicht ist es ja dann auch wieder nicht, müssen eigentlich all diese ganzen Sachen nur in der neuen coolen Creation Engine von Bethesda zusammengetragen werden. Und das bedeutet, dass die Entwicklung an sich recht schnell vorangehen kann. Aber ja, ich möchte zumindest dahingehend zustimmen, dass wir das auch nicht mit 100%iger Gewissheit sagen können. Und an dieser Stelle kommt wirklich eine Hammer-Nachricht, die ich euch unbedingt erzählen muss. Und zwar gibt es wieder einige sehr spannende Gerüchte zu We Elder Scrolls 6 und was die Entwicklung angeht. Unter anderem steht im Moment im Raum, dass ein Multiplayer-Spiel We Elder Scrolls 6 werden soll. Und bevor jetzt wieder einige Leute in den Kommentaren ausrasten, ich habe das Thema Multiplayer und We Elder Scrolls 6 gefühlt schon tausendmal behandelt auf diesem Channel. Wartet mal. Wow, wow, wow. Ganz entspannt. Aktuell sucht Zenimax, der Mutterkonzern von Bethesda, für Bethesda neue Level-Designer. Diese sollen am besten Erfahrung mitbringen, wenn es um Multiplayer-Spiele geht, aber halt auch um die Construction-Sets von We Elder Scrolls, genauer gesagt der Creation-Engine. Zenimax arbeitet ja unter anderem auch an We Elder Scrolls Online und vertreibt das Spiel. Allerdings benutzen sie hierfür die sogenannte Hero-Engine. In der Stellenausschreibung wird spezifisch allerdings darauf hingewiesen, dass man halt Erfahrung haben soll mit den We Elder Scrolls Construction-Sets. Das ist ein ziemlich konkreter Hinweis darauf, dass Bethesda an einem Spiel arbeitet, das einen Multiplayer bieten soll auf Basis der Creation-Engine. Und wir wissen auch schon die Timeline von Bethesda, welche Spieler als nächstes erscheinen sollen. Wir haben dort einmal Starfield, dann haben wir We Elder Scrolls 6 und dann haben wir Fallout 5. In dieser Reihenfolge sollen diese Spiele so erscheinen. Und nun sucht man offensichtlich Level-Designer, die Erfahrung haben mit Multiplayer-Spielen. Hey, 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 ich hab gesagt, noch nicht ausrasten in den Kommentarspalten, denn wir wissen nicht genau, was für eine Art von Multiplayer. Das Ganze könnte zum Beispiel so aufgebaut werden wie in GTA 5. Dort haben wir eine Singleplayer-Kampagne, die wir alleine spielen können und dann hat man halt GTA Online. Das gleiche bei Red Dead Redemption 2. Da ist es sogar so, dass man das Ganze komplett losgelöst hat vom Singleplayer-Spiel. Gut möglich, dass man das Ganze mit We Elder Scrolls 6 ähnlich plant. Und das fände ich wiederum komplett in Ordnung, wenn es halt keinen Online-Zwang gibt, sondern wenn das Ganze eine zusätzliche Option ist. Und ganz ehrlich, das Ganze ist nicht unwahrscheinlich. Die Creation Engine besitzt ein Modul für Multiplayer, siehe Fallout 76, was ebenfalls mit der Creation Engine erstellt worden ist. Eine große Vermutung diesbezüglich ist es ja, dass We Elder Scrolls 6 in Hammerfell oder Hochfeld spielen wird. Ich persönlich halte allerdings von diesen Vermutungen recht wenig. Und eigentlich gibt es dafür auch keine wirklich konkreten Hinweise. Es gibt nicht mal Indizien für diese Aussagen. Ist es eigentlich kompletter Quatsch? We Elder Scrolls 6 könnte überall spielen. Und das ist ein ziemlich spannender Punkt, denn ich gehe davon aus, wenn wir blicken auf Starfield, wo es tausend Planeten gibt, dass wir den ganzen Kontinent Tamriel bereisen werden können. Für mich ist das der einzig logische Schritt, denn bereits in We Elder Scrolls Online können wir bereits große Teile von Tamriel erkunden, die aufgeteilt sind in kleine Gebiete mit Ladebildschirmen. Der nächste logische Schritt wäre es, den ganzen Kontinent uns anzubieten. Wenn man bedenkt, dass die We Elder Scrolls-Reihe ihren Ursprung logischerweise in Arena und Daggerfall haben, beide Spiele, die auf prozedurale Generierung gesetzt haben, Starfield jetzt auch sehr viel auf moderne prozedurale Generierung setzt, dann kann man davon ausgehen, dass We Elder Scrolls 6 ein sehr großes Spiel werden wird. Groß muss natürlich nicht gleich besser bedeuten, es kommt natürlich auf die Qualität des Contents an. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer Elder Scrolls hat, hat echt sehr viel Content zu bieten. Deswegen ist hier meine Überlegung gar nicht utopisch und in Anbetracht von Starfield sogar irgendwie ein Stück weit logisch. Wo wir gerade bei spannenden Content sind, wusstet ihr, dass die Dunkelelfen Sklaven gehalten haben, um ihre Zivilisation aufzubauen? Nein? Dann klick dich unbedingt jetzt mal hier in dieses Video, denn da verrate ich dir alles zu diesem spannenden Thema, der Elder Scrolls Lore. Und checkt auf jeden Fall Opera GX aus. Ihr unterstützt mich damit enorm, wirklich. Vielen Dank dafür.